Herzlich Willkommen liebe Zuschauer. Alle Geschlechter angeschlossen. Wir haben Samstag, den 7. Mai 2022 und wie jeden Samstag wieder Verantwortungstalk. Ich muss euch da nicht viel zu sagen, weil es ein tolles Forumsthema gibt, in dem der Sinn der Sache beschrieben ist und über den bisherigen Verlauf auch was nachgelesen werden kann. Die letzten Male steht da Spannendes zu lesen. Der Sinn ist im Groben eben, dass wir auftauchen wollen immer mal wieder, also jetzt als Gelegenheit die Verantwortungstalks aus dem Mitschwimmen oder Mitfließen im übrigen Leben, im unbewussten oder unreflektierten Leben und mal die Frage der Sinnhaftigkeit und Verantwortlichkeit im Ganzen in den Blick nehmen wollen. Dieses Forum, das Freie Argumenteforum, findet ihr übrigens unter der Überschrift www.freie-argumente-kultur.de. Ja, technisch machen wir es so, dass wir das als Redekreis machen, unser Gespräch hier. Das heißt, wir geben nach ein paar Minuten immer den Redestab an den Nächsten weiter, sodass jeder gut zu Wort kommt. Und das soll genügen. Damit gebe ich eben zum ersten inhaltlichen Beitrag an den Bilden. Ja, und kurz an Henning die Frage, hörst du mich gut? Ganz kurz einschalten nur. Ja, alles prima. Ja, ich habe zumindest ein Zeichen bekommen. Ja, dann lege ich mal los. Ah, deswegen pfeift es. Es war ein Tick zu laut. Henning, hattest du den Öff gehört und Milch gehört? Den Öff auch, ja, mit seiner Begrüßung. Alles gut. Ja, doch gut. Dann können wir ja loslegen. Übrigens, du kannst wie immer an den Rand zur Mitte hin noch rücken. Du weißt ja Bescheid. Genau da, in die Richtung. In die Richtung. Ja, und ich beginne meinen ersten Beitrag. Ich plädiere ja heute wieder, nachdem mein Vorstoß... Bist du mich sehr leise zu hören, Dill? Ist das so korrekt? Ja, ich weiß nicht, wie ich... Ach so, Moment. Jetzt... Jetzt hörst du mich etwas besser, denke ich. Ja, jetzt müsste der Öffi mich besser hören. Jetzt ist besser. Ich frage nochmal gerade zurück. War das jetzt... War das jetzt besser? Ja, super. Ja, dann versuche ich es doch so, kurz unter dem Pfeifen zu halten. Ah, jetzt pfeift es schon wieder. So, jetzt pfeift es nicht. Jetzt müsste es aber okay sein. So, jetzt müsste es aber doch besser zu hören sein. So, dann kann ich ja jetzt gleich meinen Redebeitrag beginnen. Moment. Die Technik ist immer noch eine Herausforderung für mich. Ja, also, liebe Fernsehzuschauer, ich hatte letztens ja einen gewissen Vorstoß gemacht, sozusagen so in Richtung, wo bin ich Opfer der Gehirnwäsche bestimmter Sparten mit deren vorteilbringenden Irrtümern. Das hat sich herausgestellt, dass es erst mal nicht so auf die ganz große Resonanz gestoßen ist. Also kann mein Anliegen jetzt erst mal nur sein, dass ich mich also wieder so fantasiere als Teil des Wahlbündnisses in ARD und ZDF und Ihnen, liebe Wählerinnen, sage, was so toll ist an der GWÖ-GWO-Kombination oder Kombi GWÖ-GWO-Kombi Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber. Und meine Themen heute in meinen Beiträgen sind ja auch Ukraine und Corona. Wie kann die GWÖ-Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber und GWÖ-Gemeinwohlwirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat, wie kann die GWÖ-GWO-Kombi, wie beendet sie Kriege und Krankheiten, wie beendet sie Kriegs- und Krankheitsursachen? Ja, also die GWÖ-GWO-Kombi sorgt dafür, dass wir alle ein viel stärkeres Immunsystem bekommen und dass die Waffenhändler ganz anders belohnt werden wie bisher und deswegen von Kriegstreibern, kapitalistischen Kriegstreibern zu Gemeinwohlwirtschaftlichen Friedensförderern umgewandelt werden im Sinne von Schwerter zu Flugscharen. Aber dafür, da muss ich Sie jetzt vertrösten, das werde ich so im Laufe des Abends in meinen Beiträgen erläutern. Erst einmal fange ich an mit dem Endzustand, den ich Ihnen schildern möchte. Also stellen Sie sich vor, Sie leben mit 150 Gemeinschaftsmitgliedern, die aus den Hausarztgesundheitsgemeinschaften der GWÖ-GWO-Kombi, die politisch durchgesetzt wurde, vielleicht sogar von der jetzigen Bundesregierung durchgesetzt wird, die wir hoffentlich bald beraten dürfen, auch wenn jetzt gerade unser wichtigstes Mitglied, unsere Bundesgesundheitsministerin verstorben ist und deswegen bei uns ein bisschen Trauer ist, denn ich hatte immer noch gehofft, mit ihr gemeinsam im ZDF und in ARD auftreten zu können. Sie ist aber immerhin 91 Jahre alt geworden, aber für eine Alternsforscherin natürlich noch nicht genug. Sie hätte sich bestimmt mehr gewünscht. Und ja, stellen Sie sich vor, Sie leben auf die Hausarztgesundheitsgemeinschaft, in der Sie immer ein- und ausgegangen sind, hat Sie angeregt, in eine Gemeinschaft einzuziehen, in eine 150er-Gemeinschaft, vielleicht mit dem Wohnen in einem riesigen Glasgewächshaus sozusagen und außenrum viele Fruchtbäume und vielleicht sogar aber auch noch zusätzliche Gewächshäuser und wo die herrlichsten Früchte, Wildkräuter, Gemüse, Nüsse und was auch immer wachsen und so weiter. Und jeder arbeitet nur drei Stunden am Tag circa. Und man stellt sich gegenseitig die, man stellt Betten und was auch immer her. Also Gewächshaus übrigens bedeutet, dass man nicht heizen muss, weil das sogar im Winter genügend Wärme erzeugt, das Ganze. Man hat also keinen CO2-Verbrauch mehr. Und ja, alle stellen irgendwas her und schenken es den anderen. Und zwar immer bei einem Treffen, wo dann die wichtigsten Frauen der Gemeinschaft, sozusagen stellvertretend für die Gemeinschaft, diese Geschenke entgegennehmen. Und da sieht dann auch jeder, welcher Mann welche Leistung zum Beispiel gebracht hat. Aber natürlich dürfen auch Frauen etwas beitragen, selbstverständlich. Aber man sieht einfach, wer was dann quasi da in die Gemeinschaft breibringt an Produkten, an Dingen, die man braucht sozusagen. Und das kann sogar so sein, dass es dann kein Tauschhandel und kein Geld mehr gibt mit anderen Gruppierungen, sondern nur die gruppeninternen Geschenke. Das könnte so etwas wie ein Endzustand sein, dass wir quasi wieder im Bonobo-Schenker-Kommunismus angelangt sein könnten. Es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Und das könnte sozusagen so der Zielzustand sein, in dem ich gerne leben möchte. Wobei ich gerne möchte, dass diese 150er-Gruppe, in der ich lebe, die Bonobo-Schenker-Kommunistische Gruppen experimentell lebt oder versucht, vollständig zu leben. Aber das Warum, Wieso, Weshalb, erläutere ich später. Aber lassen Sie sich, das letzter Satz zu meiner ersten Runde, lassen Sie sich davon nicht schocken. Dieser Endzustand kommt erst später. Und vor allem Sie müssen in diese Gemeinschaft ja nicht einziehen. Sie müssen gar nichts. Sie können so leben wie bisher. Und trotzdem werde ich Ihnen nachher schildern, dass die Gesellschaft so gut verbessert wird durch die GWÖ-GWO-Kommie, dass wir weder Kriege erleben werden, noch Krankheiten wie Corona überhaupt auch nur ein Thema sind für uns, weil wir so viel stärkere Immunsysteme haben werden, dass es diese Probleme gar nicht gibt. Aber ich gebe weiter und schalte jetzt um die Technik, um vorzubereiten, dass der Henning seinen ersten Beitrag macht. Sekunde, wie geht das jetzt? Ich muss jetzt finden. Ich muss hier hin. Ich muss hier hin. Und dann muss ich ihn umschalten. Henning, in drei Sekunden kannst du beginnen zu sprechen. Ja, vielen herzlichen Dank für das Wort. Ich möchte heute zu dem Beitrag Zusammenleben etwas beitragen, was also energetische Kommunikation ist. Das heißt also, wie funktioniert das? Also die Basis allen Lebens ist die Kommunikation. Und wenn wir die Kommunikation begreifen oder verstehen, dann verstehen wir auch letztendlich das Leben. Und dazu möchte ich etwas beitragen. Kommunikation basiert auf energetischen Schwingungen und Frequenzen. Frequenzen sind in ihrer Eigenschaft Information, Klang, Töne und Gesang, die eine Kraft und Wirkung hervorbringen, sowie energetische Prozesse der Heilung, Ganzwerdung durch Resonanzkraft, aber auch der Trennung, Spaltung durch Dissonanzkraft bewirken. Jeder sich bewegende Körper, Leib, Wesen erzeugt eine Schwingungsfrequenz, eine sonare Kraft. Jeder Lautsprecher erzeugt eine Schwingungsfrequenz, eine sonare Kraft. Jede Kommunikationsfrequenztechnik, Mobiltelefon, Radio, TV-Sender, Satelliten erzeugen Schwingungsfrequenzen, eine sonare Kraft. Jeder sprechende Mensch, Tier, auch Pflanzen, die sich durch Wind bewegen, hin und her schwingen, erzeugen eine Schwingungsfrequenz, eine sonare Kraft. Diese sonare Kraft ist immer Grundlage aller Kommunikationen. Alle diese sonaren Kräfte unterschiedlichster Frequenzen sind im Erdmagnetfeld gefangen, weil sie immer wieder auf die Erde zurückreflektiert werden vom Erdmagnetfeld und werden zu einer Resonanzkraft. Das heißt, diese Resonanzkraft ist auch letztendlich das morphogenetische Feld, wo alles Wissen, wo alles Gesprochene gespeichert ist. Welche dieser oben genannten Frequenzen, Resonanzkraft, fördern den lebendigen Wachstum? Welche dieser oben genannten ständig erzeugten Frequenzen, Resonanzkräfte beeinträchtigen, minimieren den gesunden Wachstum auf der Erde an allen Lebewesen? Alle Frequenzen, die außerhalb der, des Leben aufbauenden und heilenden Frequenzen bewirken, das Gegenteilige und sind Dissonanzkräfte, die Lebenorganismenformen rumpieren. Zum Beispiel, ein hoher Klangfrequenzton hat die Kraft, feines Glas zerspringen zu lassen. Diese zersögerische Kraft ist eine Dissonanzkraft, weil die eigene Schwingung vom Glas, alles ist Licht und Frequenz, in Disharmonie mit höheren Klangfrequenz, in Wechselwirkung, Resonanz tritt und es kommt zu Korruption, Zersetzung, Trennung, Spaltung am Glas, in dem Moment, wo die Dissonanzkraft größer wird, als die Kräfte am Zusammenhalt der Anhaftenden, die das Glas formen. Dissonanzkräfte bewirken die gegenteilige Wirkung der Heilung aus einer sonaren Kraft. Resonanz ist die Reflexion und auch die Bündelung, Verstärkung durch Anhaften der Frequenzen, die in Einklang einer sonaren und reflektierenden Kraft mitschwingen. Dieser kraftvoller werdende, sich aufbauende Effekt der Schwingungsresonanz kann Brückenbauwerke in Schwingungen bringen, bis zu ihrer Selbstzerstörung durch die Dissonanzkraft. Dieser energetische Zusammenbruch der Brücke geschah mit der Dakota-Narraff-Brücke am 7. November 1940 im Bezirk Washington, USA. Dieser im Hintergrund und wirkender Kräfte, die immer in jeder Sprache, auch die in der Form mit Schrift und Zahlen zum Ausdruck gebracht werden, wollte ich diesem Thema hinzufügen. Sowie den Hinweis dazu, dass die Sprache sowohl in der Klangform sowie in der Schreibform unterschiedliche Kräfte entfalten und bewirken kann. Erstens, die Sprachkommunikation in der Klangform unterliegt den Kräften in ihrer Wirkung aus dem vorherrschenden Medium. Energetische, ja gut, okay, dann gebe ich weiter und fange dann am nächsten nochmal hier an. Ich gebe weiter an Öff. Wir hören die... Ja, super, dankeschön, dankeschön. Dank an die Vorredner. Also in meinem Falle habe ich vor, heute den Abend zu nutzen, um auf ein Anbiegen einzugehen, was im Forumsthema zum Verantwortungstalk, oder besser gesagt, bei den Wandelgesprächen, ich sehe die Gespräche am Samstag und am Montag, die wir führen, die Talks, sehe ich alles als Wandelgespräche an. Da kann man, jeder kann sich auch von mir aus noch ein paar zusätzliche Namen aussuchen. Aber in der Sache sind es auf jeden Fall in meinen Augen auch die Wandelgespräche und ich kenne nichts Vergleichbares. Und wir haben sowieso schon immer, aber jetzt auch in der letzten Zeit, viel darüber gesprochen, wie aussichtsreich dieses Tun von uns überhaupt so ist, mit den Talks, mit dem Versuch, da die schädliche Entwicklung in der Welt irgendwie verändern zu können, mit allen möglichen Mitteln, die wir uns immer wieder neu versuchen auszudenken. Und ja, das war die Frage. Gibt es überhaupt eine Chance? Sind unsere bisherigen Versuche, sind die was wert? Müssen wir nach irgendeinem neuen Hebel suchen? Welcher soll das sein? Sollen wir nur einen nehmen? Und ich möchte gerne mutmachend mal einen Blick darauf werfen, welche Argumente und Hebelversuche wir in der bisherigen Entwicklung der Talks, aber auch natürlich unserer praktischen Experimente, also ich bin ja Systemaussteiger auch in meiner Lebenspraxis und habe bis zu zehn oder mehr als zehn mittlerweile Projektstandorte in Deutschland geschaffen, wo so etwas anfangen könnte zu keimen, also auch praktisch ein anderes Zusammenleben der Menschen mit anderen Systemstrukturen. Ja, also wie sieht es aus mit der Wirksamkeit, mit der Bedeutung und Wirksamkeit unserer bisherigen theoretischen und praktischen Schritte, unserer Ideen, unserer Hebelversuche. Ich glaube nämlich, wir können da wirklich guten Mut draus ziehen, wenn wir unseren Blick darauf richten. Und wir müssen einfach, glaube ich, die Kraft und den Mut behalten, da zäh weiter dran zu arbeiten, weil wir bringen Lösungsvorschläge, ohne die es nicht gehen kann, aus logischer Notwendigkeit nicht anders gehen kann. Und das kann ja wirklich, kann einem die Bedeutung dessen so bewusst machen, dass es wirklich auch Mut gibt, dass es wirklich auch trägt bei dieser Art von Engagement. Ich werde dafür etwas vorlesen, was ich auch ins Forum stellen werde. Das heißt, es entgeht keimen und man kann es in aller Ruhe sich auch anschauen. Und es nimmt auch einen aktuellen Bezug. Also wir wissen ja, dass eine Stellungnahme von Nobelpreisträgern und von 28 Intellektuellen, initiiert wohl von der Emma, von Alice Schwarzer, aber auch mitvertretend vom Zukunftsforscher Harald Welzer, der uns schon vor einigen Jahren darauf hingewiesen hat, dass wir dabei sind, in die schlimmste Diktatur aller Zeiten hineinzuschlittern. Also eine digitale Willkürdiktatur. Da verlinke ich auch ein Video dann unter diesem Talk, Also ein Link zu einem Video von Welzer, wo er das genau erklärt. Also die Nobelpreisträger und diese 28 Intellektuellen haben ja ein Stück weit dazu aufgerufen, jetzt im aktuellen Kriegsgeschehen, Ukraine-Krieg, vorsichtig zu sein und nicht sich auf eine Gewaltlogik zu sehr einzulassen, die vielleicht bis zu einem Atomkrieg wegrutschen könnte. Ja, also da setze ich auch ein Stück weit an mit diesem Text, den ich geschrieben habe. Ich fange mal einfach an und wenn es piept, dann setze ich eben später fort. Der Aufruf zu Pazifismus statt Gewalt und Krieg bleibt halbherzig bzw. verkrüppelt, solange die friedliche Kultur nicht angemessen ernsthaft zu Ende gedacht und wirklich entwickelt wird. Gerade auch systemisch bzw. ganzheitlich, vor allem bezüglich der Entscheidungsstruktur. Das heißt, andersrum gesagt, solange man wissentlich den Nährboden der Gewalt zu sehr beibehält. Hör mal auf und auch die Warum-Frage gar nicht wirklich zulässt. Hör mal zu. So, das reicht dann schon als Appetittäppchen für das, was ich da im Weiteren sage und was mutmachend uns die Bedeutung und den Wert der bisherigen theoretischen und praktischen Ideen und Hebelversuche belegen soll. Ich gebe weiter. Ja, und jetzt bin ich wieder dran. Ich gucke gerade, ob ich auch wirklich mit der Technik keinen Fehler mache. Der Henning müsste mich hören, der Öffi müsste mich eigentlich auch hören. Gut, dann kann ich ja loslegen. Also, ich habe Ihnen ja in der ersten Runde geschildert, wie so mein Zielbild aussieht. Das mag für Sie erschreckend gewesen sein, weil Sie gar nicht in einer Kommune leben wollen. Ich schon, weil ich mir da halt das größte menschliche Glück vorstelle. Aber das absolute Freiwilligkeit ist immer das oberste. Wir haben ja auch letztens diskutiert, dass wir die Suchtmittel sogar von Staats wegen im Zweifelsfalle herstellen lassen, damit nur kein Mensch jemals eine schlechte Wohlfühlstimme oder irgendwas abgibt, weil er sich in seiner Freiheit, Suchtmittel zu konsumieren, irgendwie gegängelt oder eingeschränkt fühlt. Gut, aber das hatten wir abgehakt. Und jetzt lese ich mal vor, also entscheidend ist, dass die GWÖ-GWO-Kombination, ein oder Kombi, GWÖ-GWO-Kombi abgekürzt, ein ganz anderes Menschen- und Weltbild hat, als viele andere, die im Moment sozusagen auch diskutiert werden und vorgebracht werden und so weiter, auch in den Wandelgesprächen vorgebracht werden. Unser Menschen- und Weltbild ist anders. Und da will ich Ihnen sagen, liebe Wählerinnen, ich hoffe, das ist für Sie beruhigend anders, weil ich erinnere an Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie, der also sagt, Gutes tun, wenn eine Firma uns Menschen Gutes tut, dann muss sie mit Steuervorteilen belohnt werden, mit Finanzvorteilen. Das heißt also, er sieht auch zumindest als Übergangsform nicht die sofortige Abschaffung von Geld und Belohnung und so weiter als ersten Schritt. Felber sagt sogar, er erlaubt, wenn es nach ihm ginge, aber das ist eher so seine persönliche Meinung, das und das, wie bestimmte Versuchspersonengruppen aus natürlich parteiischen Zuschauern abgestimmt haben, das läuft darauf hinaus, dass die Einkommen bei Felber nur noch schwanken zwischen 1.500 Euro im Monat und 30.000 Euro im Monat. Wir halten das natürlich von der GWO für höchst bedenklich, weil dann ja alle, die gewohnt sind, mehr als 30.000 Euro im Monat zu verdienen, fluchtartig Deutschland verlassen würden und ein armes Land ohne fähige Manager, da würde Mercedes nicht mehr von fähigen Managern, sondern von drittklassigen, viertklassigen Managern gemanagt werden und dann würde es zu Massenarbeitslosigkeiten in Deutschland kommen. Aber ich wollte damit nur sagen, dass auch Felber das Menschenbild hat, dass es ohne eine gespreizte, vorübergehend zunächst einmal finanzielle Belohnung nicht geht. Und dieses Menschenbild, das sehen wir bei der GWO genauso. Wir sagen nämlich, auch die Bonobo-Frauen entwickeln im Bonobo-Schenker-Kommunismus, in den Bonobo-Schenker-Kommunistischen Gruppen-Ehen sogar, entwickeln die Frauen in ihrem Kopf eine Leistungsrangliste gemäß den Geschenken. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, dass in der von mir vorgestellten Kommune alle Mitglieder ihre Geschenke öffentlich vor die entscheidenden, die wichtigen oder bedeutsamen Frauen der Gemeinschaft hinlegen und das vor Augen aller, sodass sich dann die Sympathien und Anerkennung und das Ansehen der schenkenden Personen dann wie in so einer Art Leistungsrangliste, wie wir sie ja auch dann in der GWÖ-GWO-Kombi vorschlagen, mit unserer Stiftung Warentestisierung, also solche Leistungsranglisten, wo sie sehen können, welche Hausarztgesundheitsgemeinschaft wirklich mehr, besser Gesundheit fördern kann als andere und so weiter. Also dieses quasi Leistung wahrnehmen, dass Leistung eine Rolle spielt, weiterhin, dass Konkurrenz eine gewisse Rolle spielt, Wettbewerb eine gewisse Rolle spielt, dass also auch die zum Beispiel die Wohnungen bei Männer, die alles den Frauen und Kindern schenken, was sie an Nahrung finden und so weiter, dass diese natürlich auf eine Bezahlung warten, auch wenn es ein Schenken ist. Es ist aber kein völlig selbstloses Schenken, sondern ein Schenken, dass schon irgendwo auch eine Bezahlung in Richtung mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, mehr Beliebtheit, mehr Geliebtheit, mehr, etwas größerer Zugang zu den Eizellen der Frauen und so weiter. Also man kann sagen, die Bezahlung der Bonobos ist einfach nur eine andere Währung, aber es ist kein völlig währungsfreier Prozess. Und es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Also mein Anliegen dieser Runde war jetzt Ihnen klarzumachen, dass wir das Menschenbild haben, dass es vorübergehend weder ohne Geld noch ohne unterschiedliche Belohnungsrahmen geht, mehr Belohnung, weniger Belohnung geht. Und bei diesem Menschenbild sozusagen gehen wir kein Risiko ein, denn mit dieser unterschiedlichen Bezahlung hat der Kapitalismus immerhin es geschafft gehabt, dass Deutschland zu den führenden Nationen gehörte. Also wir ändern nicht so, wir machen keine riskanten Experimente. Ja, und in der nächsten Runde erzähle ich weiter und wir kommen nachher noch schon zu Krieg und Krankheiten. Das ist, da kommen wir nachher dazu. So, jetzt muss ich die Technik wieder ändern. Wie muss ich das machen? Sekunde. Ja, so. Henning, in drei Sekunden, nee, warte, ich kann dich schon mal groß machen. So, bitte Henning in drei Sekunden loslegen. Ja, danke für das Wort. Ich mache weiter mit meinem Vortrag und erkläre jetzt erst einmal den Unterschied zwischen Sprachkommunikation in der Klangform sowie unsere Sprachkommunikation in der Schreibform. Die Sprachkommunikation in der Klangform unterliegt den Kräften in ihrer Wirkung aus dem vorherrschenden Medium. Energetische Änderungen am Medium beeinflussen unser Bewusstsein. Die Medien bestehen immer aus a. elektrisch-magnetisch wirkenden, als alles durchdringendes Licht in ungebundener Form. b. der Luft in der Gasform angebundener Lichtformen. c. dem Wasser aus der Gasform Wasser, also H Sauerstoff und O zu H2O, also Wasser, die chemische Bezeichnung für Wasser, H2O, komprimiert in vier Aggregatzuständen unterschiedlicher Strukturen und Festigkeiten der Dichte. Wasser ist auch ein Informationsspeichermedium. Dr. Emoto mit seinen Bildern in kristallisierter Wassertropfen ist ein Synonym dafür. Dann haben wir das Medium Erde, das durch die physische höhere Dichte, ein reflektierendes Medium ist. Dann haben wir das Medium Feuer, dem Medium der Dissonanzkräfte mit der zersetzenden und trennenden Kraft, dem Verbrennen. Dann haben wir F, sowie die momentane Stand und Klang der Gestirne in ihrer Bewegung, die eine kraftgebende Einfluss ist und jede Kommunikation und Formgebung sowie Strukturbildung und der Strukturtrennung mit eine beeinflussende Kraft und Wirkung auf alles Leben bewirkt. Zweitens, die Sprachkommunikation in der Schreibform unterliegt den Kräften der Begrifflichkeiten festgelegter Narrative, Sinnbedeutung der Begrifflichkeiten, die im ständigen Wandel aus der Deutungshoheit irgendwelcher Institute, einst Brockhaus, derzeit Wikipedia, mit sich ständig manipulativ ändernden Einträgen der digitalisierten künstlichen Intelligenz einer Wirtschaftsfirma oder auch im Deutungswandel gesellschaftlicher Änderungen in ihrer natürlichen kulturellen Wandel am Zusammenleben der Menschen untereinander. Zum Beispiel jemand macht eine Erfindung oder Entdeckung, mit der ein Wandel in der Gesellschaft einhergeht. Die erlernte Sprachkommunikation in der Schriftform ist die Selbstprogrammierung eigener individueller Weltbilder und wird mit der Begrifflichkeit als Welt oder auch relative Wirklichkeit Realität benannt. Die Welt der Sprachkommunikation in der Schriftform ist nur ein ungenaues Abbild der Wirklichkeit von wirklich wirkenden Licht in jedem neuen Moment des Sein, in jedem Moment im Jetzt, im ewigen Jetzt der Zeitlosigkeit, in dem nur das lebendige Leben stattfindet. Das Wirken der Lichtkräfte der Sprachkommunikation in der Klangform kann nur über die eigenen zwölf Sinnesorgane wahrgenommen werden. Erst die eigene Koordination der bewusst wahrgenommenen Impulse über die eigenen zwölf Sinnesorgane bewirken ein hohes und autarkes Bewusstsein am miterleben im Jetzt, in dem Moment des Jetzt, dem wirklichen Leben. Anmerkung. Babys und Kleinkinder reinkarnieren und kommunizieren in der natürlichen Klangform mit telepathischen Eigenschaften. Die Babys und Kleinkinder werden durch Erziehung der Eltern und gesellschaftlicher Strukturen gewalttätiger Regelnormen mit dem Lernen der Schriftform traumatisiert. Siehe hierzu Dr. Gabor Mate. Da gibt es ein sehr schönes Video und er erklärt auch sehr genau, wie ich mache gerade zu Ende, die unangenehme Wahrheit über Krankheiten und Kindertrauma. Und damit gebe ich weiter an Öff-Öff. Und ich will erstmal was Formales sagen, was den Zuschauern vielleicht auch auffällt. Wir sind heute Abend noch mehr als sonst in der Form, dass ein bisschen ja die drei Teilnehmer des Gesprächs nebeneinander so einen Faden oder Film an Argumentationen abspulen. Das haben wir zum Teil auch anders und können es auch anders machen. Also der Dylan zum Beispiel überlegt, welche Form der Gesprächsführung würde uns denn am fruchtbarsten voranbringen können. Und stellt sich das zum Teil auch so vor, dass wir wie am Schachbrett mit diesem Blitzschach so in kurzen Rede und Gegenreden, Pingpong sozusagen, sehr effektiv vielleicht auch Klärungen herbeiführen könnten. Mir ist ganz wichtig, dass wir hier ein ganz offenes Experimentierfeld haben, also auch formal. Hier kann über alles geredet werden und wir können auch alle möglichen Formen ausprobieren, wie das am besten laufen kann. Ich bin ganz sicher, dass wir, wenn wir das tun, werden wir auf jeden Fall besser damit fahren, als wenn wir es nicht täten. Und wir werden ganz spannende Ergebnisse dabei auch herausfinden können. Also auch die Effektivität bekommen, die es braucht. Und dazu erzähle ich ja mit den beeindruckenden Argumenten, die wir in der Vergangenheit und auch in den letzten Monaten hier in den Talks entwickelt haben. Also wie wir damit dastehen, dass das eben, auch wenn wir weitermachen, wenn wir ganz offen experimentieren mit den Talks und mit unseren Hebelversuchen, dann ja, ist es das Beste, was man machen kann. Und die Zukunftsentwicklung kann eigentlich nicht dran vorbeikommen. Ich gehe aber ein bisschen auch mal ein, so Resonanz und Dialog mäßig auf das, was die anderen gesagt haben, damit ihr das ein bisschen mit drin habt, liebe Zuschauer. Also was der Herr Henning zum Teil so sagt, also ganz spannende Informationen über Lichtstrukturen, über die Beeinflussung der Molekülstruktur des Wassers und so weiter und so fort. Da weiß ich nicht so genau drüber Bescheid. Ich freue mich natürlich, wenn andere da Dinge entdecken, aber das, da weiß ich nicht so genau drüber Bescheid und denke, dass andere Argumente grundlegender auch den Menschen auf der Straße, die da vielleicht auch sagen, oh, da weiß ich ja gar nichts von, schon eingängig sein können und gemeinsam Weichenstellungen sein können, wodurch wir auf einen tollen, guten Weg, Verantwortungsweg dann kommen können, wo wir dann auch im Endeffekt herausfinden werden, wie es mit all den Lichtstrukturen und dem Wasser und so weiter ist. Ebenso halte ich es für eine spannende Frage, der Dillen spricht häufig an, gibt es den Zustand des reinen Schenkens und wie ist diese an sich schon sehr liebevoll schenkende Kultur der Bonobos, also wo Dillen und ich einig sind, also das ist schon so sehr liebevolle Schenkkultur, dass da keiner gequält wäre, durch irgendein Leistungskonzip oder Entzug und Benachteiligung und sowas. Also da sind wir einig, aber inwiefern ist es jetzt ein reines Schenken ohne Gegenleistung und inwiefern gibt es doch auch Gegenleistungsdenken, wo ich ja die Vorstellung des organischen Schenkens habe, das heißt nicht wie der Millionär jetzt irgendeine neue Freundin gerade mal einen Porsche schenkt, sondern dass wir wie die Zellen im Organismus nicht kleinlich Gegenrechnung machen, sondern einfach nach dem Fluss im Ganzen mitfließen. dieses zu können ist die Kunst des organischen Schenkens in meinen Augen. Aber all das würde sich auch klären, also diese Feinheiten der Interpretation würden sich klären, glaube ich, wenn wir diese ganz einfach, auch den man auf der Straße verständlichen Grundargumente, wenn wir die so zäh weiter beibehalten und wenn sie sich irgendwann durchsetzen, wenn sie irgendwann überhaupt erstmal angeguckt werden, diskutiert werden und sich dann aus meiner Sicht mit logischer Notwendigkeit und zwingender Logik durchsetzen werden. So, und da mache ich weiter. Ich hatte gesagt, vorgelesen, dass Aufrufe zu Pazifismus, wie jetzt beim Ukraine-Krieg, dass das verkrüppelt ist, solange man nicht wirklich dann überlegt, was die Friedenskultur ausmachen würde. Also zu sagen, Frieden schaffen ohne Waffen, da muss man dann aber wirklich auch nicht auf den nächsten Gewaltausbruch warten, sondern diese Friedenskultur so richtig gründlich entwickeln, erdenken und erschaffen. So. Aber die Leute beschäftigen sich damit viel zu wenig und auch die Frage, warum sie sich damit nicht gründlich genug beschäftigen, wird eigentlich gar nicht richtig zugelassen. Ich lese weiter vor. Denn, was von vielen Leuten behauptet wird, Argumente statt Fäuste als eine Definition für Friedenskultur oder auch übrigens Rechtsstaatlichkeit, wo ein Gewaltmonopol geschaffen wird, das vom Staat, damit auf der Straße nicht mehr die Gewalt, sondern vernünftiges Argument gelten würde. Ich lese diesen kleinen Abschnitt noch zu Ende. Dankeschön für das Bieten. Also wenn, was von vielen Leuten behauptet wird, Argumente statt Fäuste als eine Definition für Friedenskultur und auch Rechtsstaatlichkeit angesehen werden kann, wobei Fäuste dabei als Synonym für jede Form nicht argumentativer Durchsetzung aufgefasst werden kann. Also wenn das so ist, wie sehr ist es dann erschreckend, dass wir außer uns ein paar Hanselzieher, die wir uns jetzt nicht gerade in Bedeutungswahnsinn überheblich vorkommen wollen, aber wie erschreckend ist es, dass außer uns gar keine anderen Menschen gefunden werden können, die ernstnehmbar stärkste Argumente einbringen, wie, und ich nenne das erste nur noch, wenigstens eine erste ernstnehmbare freie Argumente-Kulturplattform zu erschaffen, wo alle Argumente sichtbar werden können, auch gemäß dem schönen Ideal des Beutelsparakonsenses und wo sie nach Argumentequalität beurteilt werden sollen statt Korruption. Und ich betone dazu einschließlich, wodurch wir spätestens wohl ein sehr auffälliges Alleinstellungsmerkmal bekommen, einschließlich einem Konzept für Methoden und Sicherungsmaßnahmen, die ein überall drohendes Wegschieben in Unsichtbarkeit oder noch schlimmer, ein Plattgehauen werden, wenn die Plattform zu unangenehm sichtbar würde, durch eingreifende Korruptionsmächte. Also wir, es braucht ein Konzept für Methoden und Sicherungsmaßnahmen, um das effektiv genug verhindern zu können. Und da weiß ich nichts, auch andere Versuche, die es manchmal gibt, wo Leute sagen, wir machen hier freie Argumente-Kultur oder solche Plattformen. Ich weiß nicht, wo wirklich ernsthaft dann so ein Konzept für Methoden und Sicherungsmaßnahmen auch mit dabei ist. Okay, damit gebe ich jetzt weiter und mache beim nächsten Mal Ja, ja, ich glaube, ich bin wieder gut zu hören für alle Beteiligten live und Dings. Ja, also ich lege los. Ja, liebe Fernsehzuschauer, ich will am Ende, ich arbeite mich langsam vor zu dem Thema Krieg und Gesundheit. Ich muss jetzt noch einmal zurückgehen auf das Menschenbild. Zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, das ja auch von Richard David Precht sehr stark befürwortet wird oft und so weiter. Dort wird immer vom Menschenbild her eine intrinsische Motivation erhofft, dass der Mensch plötzlich unheimlich für die anderen Mitmenschen aktiv werden wird, wenn er das bedingungslose Grundeinkommen bekommt. Andere haben wiederum die Hoffnung, dass, wenn sie Geld abschaffen und damit also die Bezahlungsspreizung oder die Belohnungsspreizung, also sozusagen die Unterschiedlichkeit von Belohnungen wegnehmen und damit sowas wie Leistung, Wettbewerb und Konkurrenz völlig aus den biologischen Sozietäten versuchen heraus, also den Säugetier-Sozietäten, bei denen es sich ja um bei uns handelt, versucht rauszunehmen, dass da erhofft man, dass die intrinsische Motivation, wie man sie bei Kleinkindern, bei Kindern findet, von Erwachsenen noch tatsächlich stattfinden würde. Aber in Wirklichkeit wird es wahrscheinlich aus unserem Menschenbild genau umgedreht laufen, nämlich, dass die Erwachsenen dann in dem Bereich der Beschäftigung und der Arbeit, wo vielleicht nicht sehr viele der gewünschten oder interessanten Liebespartner sind, dass dort eher Dienst nach Vorschrift und Bummelkurs gemacht wird und dann am Feierabend, wenn man dann also mit den Freunden und Bekannten zusammen ist, dann im Sport und so weiter Höchstleistungen gebracht werden und konkurriert wird und man versucht zum Beispiel, die Männer versuchen, die Frauen zu beeindrucken und so weiter, weil sie dann eben wieder konkret etwas bewirken können mit ihrer Leistung. Das ist halt unsere Befürchtung als Naturwissenschaftler, dass diese Menschenbilder leider nicht funktionieren und in der DDR hatte man ähnliche Menschenbilder und man hat das Scheitern ja danach im Nachhinein gesehen. Und deswegen neigen die GWÖ-GWO-Kombi von Felber bis zu uns, neigt dazu mehr Gutes tun, gibt es auch mehr Belohnung. Und auch das Menschenbild, dass der Mensch sich entwickeln könne in Richtung weiße Blutkörperchen, die also dem Organismus dienen, dem großen Ganzen dienen und so weiter. Ja, diese Hoffnung, wir können die mit unserem Menschenbild der Naturwissenschaften leider nicht teilen, weil weiße Blutkörperchen sind mit dem Gesamtorganismus 1,0 verwandt, also mit dem höchstmöglichen Wert verwandt, genauso wie Ameisen, zum Beispiel die Ameisensoldaten, die sich für die gesamte Gruppe, für den gesamten Superorganismus aufopfern, zu 0,75 verwandt sind. Und das Dilemma ist auch, weiße Blutkörperchen haben keine eigenen Fortpflanzungsorgane, müssen also dem Gesamtorganismus helfen, um selber fortgepflanzt werden zu können. Genauso die Ameisensoldaten haben keine eigenen Geschlechtsorgane, müssen deswegen dem Gesamtsuperorganismus Ameisenvolk dienen und damit dem Eierstock der Königin dienen und diese beschützen und sich dafür selbst aufopfern, weil sie keinen anderen Fortpflanzungsweg haben. Aber Säugetiere wie die Bonobos und wir, die Savannen-Bonobos, haben eigene Geschlechtsorgane, sind miteinander nur sehr gering verwandt, also schon Mutter und Kind sind nur noch 0,5 verwandt und Frau und Neffe sind nur noch 0,25 verwandt und dann geht es grasend runter, 0,125 und, und, und. 0,0, und mit den Menschen in Afrika sind wir nur noch zu 0,00001 verwandt zum Beispiel. Und das führt dann dazu, dass wir eben, weil wir Fortpflanzungsorgane haben, uns viel, viel egoistischer verhalten in unserem Menschenbild und deswegen brauchen wir, müssen wir sozusagen durch die Sozietät das Verhalten steuern. Wir dürfen auch, wir sehen auch bei den Orang-Utans, die haben nicht diese Bonobo, den Bonobo-Schenker-Kommunismus und was machen sie? Sie vergewaltigen Frauen. Das heißt also, Menschen, also wir, die Savannen-Bonobos brauchen, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, brauchen einen Schutzrahmen wie den Bonobo-Schenker-Kommunismus, die Sozietät als Schutzrahmen, der eben keine Vergewaltigung und andere Egoismen mehr zulässt oder wir brauchen eben die GWÖ-GWO-Kombi als neues Wirtschaftsmodell, Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft, um eben bösartiges, egoistisches Verhalten unterbinden zu können. Ja, und ich, damit ist diese Runde rund und ich gebe wieder weiter und der Henning kann sich schon mal vorbereiten und ich muss ihn jetzt nur irgendwie, ich muss jetzt hier auf die Schaltung gehen. Übrigens, Henning, ich mache dich mal etwas größer, mal etwas kleiner, mal sehen dich die Live-Zuschauer besser, mal sehen dich die Aufzeichnungszuschauer besser. Deswegen schalte ich da manchmal ein bisschen hin und her. Ja, so Henning, du kannst in drei Sekunden loslegen. Ja, danke für das Wort und für die Vorredner. Und ich möchte noch mal ganz kurz ergänzen zu dem, was Öffi gesagt hast und was auch du heute von dir gibst. Das, was ich erkläre oder erklärt habe, ist eigentlich die feinste Struktur von dessen, was wir eigentlich zusammen gemeinschaftlich besprechen hier. Und die feinste, kleinste Struktur ist eben die Lichtform beziehungsweise eine sonare Kraft. Und die sonare Kraft ist eigentlich eine schenkende Kraft. Und diese schenkende Kraft verstärkt sich durch die Reflexion. Und die Reflexion kann sowohl als eine Wachstumskraft, also eine lebensaufbauende Kraft auftreten, sowie auch in eine Dissonanzkraft, also eine zerstörende Kraft auftreten, was dann wieder Krankheiten hervorruft beziehungsweise auch Zerstörungsprozesse wie den Einsturz der Tacoma-Brücke in Washington, USA. Das sind eigentlich alles Phänomene, die auf kleinster Ebene der kleinsten Lichtform wirkenden Kräfte basiert. Und um diese Zusammenhänge zu begreifen, wie Lichtformen miteinander wirken, ist die Basis, die Kommunikation der Lichtkräfte untereinander. Also quasi so, wie sich Babys unterhalten, die eigentlich noch gar nicht sprechen, so wie wir in unserer Sprach- oder Schriftform. Und dafür, denke ich, ist es wichtig, dass wir Menschen auch erst einmal unterscheiden, in welcher Form wir überhaupt kommunizieren. Ob wir über die Klangform kommunizieren, über unsere zwölf Sinnesorgane, die Wahrnehmung im Jetzt überhaupt leben im Jetzt. Oder ob wir irgendwelche Gedankenkonstrukte vergangener Zeiten in einer Schriftform oder aus Schrift fixierten Matrix uns weiter daran festhalten wollen. Oder ob wir wieder in das Leben oder das lebendige Leben im Jetzt eintauchen wollen, in der wirklichen Wahrnehmung von wirklich wirkendem Licht. Und dieses zu unterscheiden, dem unterliegen wir halt gewissen Kräften, die Licht sind, beziehungsweise Tag und Nacht aus Licht machen. Das ist also der 24-Stunden-Tag und Nacht, wo wir also sechs Stunden in der Nacht schlafen, ein minderes Bewusstsein haben. Oder im 365-Jahres-Tagesrhythmus, in dem einem Jahr wir drei Monate Winter haben, wo also die dunkle Zeit des Jahres ist, wo wir auch in der Melancholie oder auch in minderen Bewusstseinszuständen sind. Und genauso wie in diesen zwei Ebenen gibt es noch die dritte Ebene, wo sich die Erde mit der Sonne durch den Raum bewegt, einmal zur Zentralsonne hin, wo wir also mehr Licht haben von der Zentralsonne, wo wir Nacht haben von der Zentralsonne. Und die Nacht dauert von der Zentralsonne, wo unser Bewusstsein etwas gemindert ist, 6000 Jahre. Und die 6000 Jahre sind jetzt vorbei, vorüber, die gehen vorüber. Das heißt also, die Kraft der sonaren Sonne, also der zentralen Sonne, gibt uns wieder mehr Informationen, gibt uns mehr Licht, mehr Kraft zum Leben. Und das Gewaltsystem, das also die letzten 6000 Jahre geherrscht hat, weil eben diese energetische Lichtkraft gefehlt hat von der Zentralsonne, die geht jetzt langsam über, das sehen wir an den Regierungen, dass die Menschen, die uns in der Regierung vertreten, immer schwächer werden, also quasi konfus handeln. Und diese Kommunikation der Verträge, die sich auflösen, wieder in die Kommunikation der Klangform über die Wahrnehmung, die aktuelle Wahrnehmung im Jetzt über unsere zwölf Sinnesorgane, dass wir wieder bewusster werden, das ist dieser Wandel, den wir derzeit erleben dürfen. Und der ist wunderbar, weil er wird in einem Paradies enden. Und weil das Licht, das also auf die Erde kommt, kraftvoller wird. Und was dem noch entgegensteht oder was die Gewaltherrschaft momentan noch verhindert oder versucht zu verhindern, ist dieses energetische Prinzip von Nehmen und Geben. Das energetische Prinzip des Nehmens, wo wir also momentan alles nehmen und es dann verkaufen, wie es die Wirtschaft macht, wandelt sich in ein Prinzip des Schenkens, in das negative, also in die energetische Minus, was also das kraftvolle Handeln der autarken Menschlichkeit ist. Und da kommen wir wieder hin, dass wir also autark und menschlich werden und dass wir Regierungen in der Form zukünftig nicht mehr brauchen. Ich gebe weiter. So, und wenn ich den Öff erführe, mache ich mein Bild weg, ansonsten gibt es noch technische Probleme. Ja, man hört mich, okay. Gut, dann sage ich Dankeschön dem Vorrednern wieder. Und ich glaube, es ist immer spannend, eben wirklich auch zu gucken, also wir stellen uns jetzt vor, wir hätten ja auch viele Zuschauer, ob im Livestream oder das ARD und ZDF endlich anfangen würden, statt verblödender Unterhaltung oder anpassungsförderlicher Unterhaltung oder gar Fehlinformation anfangen würde, Alternativideen und Lösungsvorschläge zu bringen. Also egal ob Livestream oder dann die fantasierte ARD-ZDF-Situation. Wir stellen uns ja vor, es gibt viele Zuschauer. Und ich glaube, dass es wirklich sehr nützlich sein kann, da auch den Leuten, ja auch die Reaktion dieser Leute sich anzuschauen oder sich zu fragen, wie werden die mit dem einen oder anderen zurechtkommen können. Und also ich finde es ganz wichtig, wie gesagt, alle Ideen, die wir hier so äußern, dass Menschen da überhaupt in der Richtung denken, ist toll. Aber was sind die Weichenstellungen, die am ehesten, ja, den Umschwung bringen könnten oder wo es auf jeden Fall gar nicht dran vorbeigehen kann und was auch der Mann auf der Straße so wahrnehmen kann, wenn er überhaupt auch nur sich damit beschäftigt und ohne jetzt hingehen zu müssen und erst mal ein Studium machen zu müssen oder irgendwelche geheimen Erkenntnisquellen aufschließen zu müssen, nee, wenn er einfach nur bereit ist, da vernünftig mit drüber nachzudenken, inwiefern kann er dann feststellen, da geht die Zukunftsentwicklung nicht dran vorbei. Und da hatte ich gesagt, wenn wir Pazifismus wollen, statt Waffenlogik, wie im Ukraine-Krieg, dann müssen wir die Friedenslogik endlich mal gründlich auch durchdenken. Und erschreckend ist, dass es außer uns scheinbar kaum andere Menschen gibt, die einige stärkste Argumente jetzt wirklich einbringen würden in die Entwicklung. Als erstes hatte ich genannt, eine ernstnehmbare freie Argumente-Plattform, wo es nach Argumentequalität statt Korruption gehen soll. Und wo man wirklich auch gemeinsam überlegt, welche Methoden und Sicherungsmaßnahmen braucht man dafür und muss man dazu entwickeln, damit das nicht entweder hinter die Ecke geschoben oder wenn es hinter der Ecke vorlugt, von Korruptionsmächten gleich plattgehauen wird. Da gibt es Techniken, Methoden und Sicherungsmaßnahmen, auf die man kommen kann. Aber das muss dann auch geschehen. Und ich sehe nicht, dass das bei irgendeiner anderen Plattform, soweit es überhaupt sowas gibt, solche freien Argumente, Kulturexperimente. Ich sehe nicht, dass das in vergleichbarer Weise dort geschieht wie bei uns, wo man ja zum Beispiel das freie Argumente-Kulturforum als ein Modell-Experiment anschauen kann. Also auch das, was wir darin beabsichtigen. Wir haben noch nicht alles umgesetzt, aber wir haben da Ideen, zum Beispiel einen roten Notfallknopf, wenn jemand auf nicht argumentative Weise diskriminiert wird, wo dann nicht dran vorbeigeschaut werden darf. Und man das so einrichtet im Forum, dass da auch nicht dran vorbeigeschaut werden kann. Und so weiter. So, ich mache weiter. Erstes Argument, was also ein super starkes ist und was außer uns kaum ernsthaft vertreten wird, ist diese freie Argumente-Kulturplattform. Zweitens. Die jedem ehrlichen Menschen leicht erkennbare und auch von der Wissenschaft der Entwicklungspsychologie formulierte Definition menschlicher Persönlichkeits- und Verantwortungsreife, das sogenannte Post-Conventional Level, Klammer auf, was im Kern bedeutet, seinen Lebenssteuerruder aufs Ganze verantwortlich einsetzen zu wollen und es nicht mehr in unverantwortliche Hände zu geben. Klammer zu. Also auch Regierungshände. Also diese leicht erkennbare und wissenschaftlich auch formulierte Persönlichkeits- und Verantwortungsreife endlich als entscheidenden Reifemaßstab zur Geltung kommen zu lassen. Überlegt mal, ob ihr das überhaupt hier gehört habt, liebe Zuschauer, und ob ihr da seht, es gibt eine Initiative, außer jetzt hier uns kleinen Wichteln, die das ernsthaft einbringen will. Drittens. Eine Wissenschaftsreform, wodurch Wissenschaft statt bloßer missbräuchlicher Werkzeugwissenschaft, also Werkzeug- und Waffentechnologie zu liefern, sich vor allem mit der Frage beschäftigt, wie die Werkzeuge aufs Ganze gesehen verantwortlich gesteuert werden können. Also Steuerungswissenschaft statt Werkzeugwissenschaft. Viertens. Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen als leitende Instanzen der gesellschaftlichen Orientierung. Klammer auf. Schöner Spruch dazu. Wir haben Arbeitsagenturen und Kriegsministerien, aber wir haben keine Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen. Das heißt, für die wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben haben wir keine Organisationszentralen. Klammer zu. Fünftens. Die Vorstellung echter Demokratie im Sinne, dass die Stimmen aller betroffenen Menschen Ich höre das Bieben. Dankeschön. Ich mache da den Punkt noch rund. Das ist nur ein Satz. Also fünftens ist die Vorstellung echter Demokratie im Sinne, dass die Stimmen aller betroffenen Menschen angemessen in eine Entscheidung mit einfließen können. Woraus sich eigentlich in Anführungszeichen Menschheitskonsens-Demokratie Ende der Anführungszeichen ergeben müsste, in welcher die Stimmen der Kinder der Zukunft als entscheidende Stimmen eingestuft werden müssen. Ja, liebe Zuschauer, habt ihr davon schon mal gehört? Kennt ihr eine Initiative, die sich dafür einsetzt? Kann die Zukunftsentwicklung daran vorbeikommen? Gut, beim nächsten Mal mache ich mit dem Hammer-Argument sechs weiter. Bezieht sich dann auf ein Corona-Gegenargument. Ich gebe weiter. So, ja, jetzt müssten alle mich wieder hören. Sieht gut aus. Ja, und ich gehe auch auf das Kriegsthema jetzt ein. Ich habe ja versprochen, dass ich Krieg und Krankheit erklären werde. Und zwar hat, ich zitiere jetzt mal aus Wikipedia, der sogenannt weltweit wichtigste Denker in seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Werk aller Zeiten, und ich kann das nur so bestätigen, das hat mein Leben auch total verändert, da hat er auf drei Seiten alles geschrieben, was wichtig ist zu Krieg und zur Marktwirtschaft und GWÖ und GWO Kombi. Wir hätten seitdem eigentlich schon eine nicht mehr kapitalistische Gesellschaft aufbauen können seit circa 180 und dann hätten wir den heutigen Krieg, zum Beispiel Ukraine, der wäre wahrscheinlich gar nicht mehr gekommen. Warum? Was hat er entdeckt? Professor Dorkins hat also entdeckt, erstmal geht es um den Rosenkrieg, den Krieg im Kleinen. Er hat entdeckt, dass Rechtsanwälte genau dann mehr Geld verdienen können, wenn ohne, dass es ihnen bewusst ist, sie vorteilbringende Irrtümer ihres Berufsstandes anwenden, also ich zeige jetzt mal das Schaubild hier gerade, ja, hier, hier ist der Rechtsanwalt, der sich irrt, hier ist der Anwalt, der sich nicht irrt und sagt, ja, wenn ihr euch friedlich scheiden wollt, ja, dann mache ich euch eine friedliche Scheidung. Aber hier ist der sich irrende Rechtsanwalt und der geht hin und irrt sich und sagt, oh nö und, und, ja, und er hat auf jeden Fall Irrtümer im Kopf, die automatisch dazu führen, dass der Scheidungsprozess zu einem streitigen Prozess wird und er, dass er regelrecht mit seinen, aus seinen Irrtümern heraus die Scheidungspartner darin auffetzt, gegeneinander einen Rosenkrieg zu führen oder zu beginnen, ja, denn dann verdient der Anwalt am Ende mehr und das können wir direkt übertragen auf den Krieg im Großen. Wir hatten also hier, hatten wir den ersten Früharzt und Frühhändler, der Wahrheiten erzählt hat, der ist aber vom Aussterben bedroht, hier links und der, der Frühhändler und Früharzt, also wir sprechen von der Zeit nach der Erfindung des Tauschandels und das ist der Zeitpunkt, an dem alles beginnt, alles Schreckliche beginnt, nämlich der Kapitalismus und hier dieser Früharzt und Frühhändler, der irrt sich und er erzählt eine Geschichte, die er vielleicht durch einen Übersetzungsfehler erfunden hat, dass das quasi die Urszene des Ganzen sozusagen er erzählt, oh, da hat eine Gruppe die andere nachts überfallen und totgeschlagen und er erzählt das und das ist wahrscheinlich nur ein Übersetzungsfehler gewesen, also es hat gar nicht stattgefunden, denn wir, die Savannenbonobos waren vor 400.000 Jahren absolut pazifistisch wie die Bonobos und aber diese Geschichte hat in den Savannenbonobos, also in unseren Vorfahren vor 400.000, 200.000 Jahren Ängste ausgelöst, wir haben, unsere Vorfahren haben ganz viele seiner Steinexte ihm abgekauft und was hat der Händler natürlich in der nächsten Gruppe wiedererzählt, wieder die Geschichte von dem angeblichen Überfall mit Totschlagen, weil er irgendwie, warum soll ich was ändern, wenn ich jedes Mal so viele Steinexte verkaufe und so wurde er zum Vorfahren, dem erfolgreichen Vorfahren aller heutigen Waffenhändler und Rüstungskonzerne Familien sozusagen und dann wurde das auch seine Vorteil bringenden Irrtümer wurden dann auch noch an den Akademien der Welt, den Akademien gelehrt und so weiter und ja und das ist der Punkt, wir bei der GWÖ-GWO Kombi sagen, ja wie hätten wir jetzt, wie können wir das verhindern, diese Negativentwicklung hin zur Kriegstreiberei umdrehen in die Friedenstreiberei na ja dazu müssen wir den Waffenkonzernen nur noch dann genauso viel Geld geben wie im letzten Jahr, wenn die Zahl der getöteten Menschen im nächsten Jahr mindestens um 5% zurückgegangen ist, wenn sie noch mehr zurückgeht, gibt es noch mehr Geld, sodass wir dann die Waffenkonzerne sich umwandeln in Friedensarbeiter schwärme entsendende Firmen, die nach 20 Jahren oder früher sich umwandeln in zivile Kettenfahrzeughersteller, Baufahrzeugehersteller und so weiter und nur noch defensive Abwehrraketen produzieren, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, aber damit diese Defensiv- Abwehrraketen produziert werden können, die alles abfangen können und solange es noch einen anderen angriffslustigen kapitalistischen Staat gibt, müssen wir noch leistungsfähig bleiben, können also noch nicht auf drei Stunden tägliche Arbeitszeit runter, müssen weiterhin acht Stunden am Tag leider arbeiten vorübergehend als Übergangsform, damit wir Hightech-Land bleiben und dann mit Defensiv- Abwehrraketen regeln, die nicht mehr angriffsfähig geeignet sind, weltweite Abrüstung in Gang bringen können, indem sich alle Länder auf reine Defensiv- Rüstung umstellen und dann später ganz auf die Rüstung verzichten können, aber das ist dann erst Zukunft, deswegen nicht sofort drei Stunden täglich möglich, sondern erst mal nur acht Stunden leider, weil wir müssen aus dem kapitalistischen Kriegsdenken aussteigen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass dann diese vorteilbringenden Irrtümer, nämlich diese kriegstreiberischen Irrtümer, dass die alle verschwinden, wenn der Bezahlungsschlüssel sich ändert, weil man kein Geld mehr verdient mit Kriegstreiberei, sondern nur noch Geld verdient mit Friedenstreiberei. Nachher muss ich mich noch um die Krankheit kümmern. Ich gebe weiter, der Henning kann sich schon mal wieder vorbereiten. Was muss ich jetzt schalten? Moment. Henning, in drei Sekunden bitte loslegen. Ja, danke für das Wort, danke für den Vorredner und Dylan, ich möchte mich deinem gesprochenen eben anschließen und was also der Anwalt praktiziert, ist im Grunde genommen ja nichts anderes oder was ich erkläre, ist aus dem energetischen Blickwinkel einfach, um es mit einem Sprichwort zu sagen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu und der Anwalt fügt aber im Grunde genommen letztendlich seinen Klienten, wenn er nicht in Frieden handelt, sondern in kriegerischen Absichten handelt, ihm Profit zu machen, dass er Schaden produziert und dieser Schaden oder beziehungsweise die Korruption ist ja letztendlich das, was letztendlich Krieg wird, wie im Kleinen so im Großen und solange wir diesen Missstand dieser Wirtschaft, dass wir also um etwas arbeiten, also quasi für Geld arbeiten und so wie ich das mit dem Franz Hörmann im Gespräch erklärt hatte in Zukunft der Wissenschaften, als ich ihm die Geldmünze erklärt habe, welche Symbolik auch dahinter steckt, dass man mit dem Geld eigentlich nicht bezahlen soll, sondern dass die Symbolik der Münze eigentlich besagt, dass wir Bedingungen in Einheit bringen sollen, das heißt also, wenn ein Streit vorliegt, dass man den schlichtet und nicht bezahlt und irgendeinen Gerichtsprozess draus macht und es ist im Grunde genommen auch ganz einfach, Politiker sind die Manager der Wirtschaftsfirmen regionaler Regionen, Länder und Staaten. Was tut die globale Wirtschaft? Ressourcen wie Mineralien, Öl, Gas, Kohle, Metalle, Gold, Diamanten, biologisches Leben und pflanzliche Ernten der Erde, die der physisch lebendigen Erde entnommen werden und verkauft werden. Das ist das, was wir unter Wirtschaft verstehen. Wem gehören die Ressourcen? An einer privaten Räuberbande oder Firma oder in der Betrachtung energetischer Untrennbarkeit aller Energien, so wie Max Planckx vor 100 Jahren sagte, dass energetische alles mit allen angebunden ist. So ist die gesamte Menschheit energetisch mit angebunden an allen Ressourcen auf diesem Planeten Erde. Bedeutet aus energetischer Sicht alles ist unser. Alles gehört uns gleichermaßen in einem wir denken. Von dem alten mein und dein denken und bezahlen dürfen wir loslassen. Jeder Verkauf basiert auf Preisfindung, einem Geldwert, der minder jeden Leben wert ist. Dabei ist alle Licht Leben Energie energetisch untrennbares Leben. Ich beschreibe das in dem Prozess der Preisfindung mit der guten alten Mutter die Rosen an ein Liebespärchen verkauft. Weil die Rose ist Leben und das Leben hat sie der Erde entnommen, der lebenden Erde entnommen und die Rose, die sie abgepflückt hat, hat sie im Grunde in ihrer Gesundheit beeinträchtigt eine Körperverletzung begangen. Und sie hat sich diese Ressource angenommen und hat und verlangt dann noch ein Geld obendrein für. Und für dieses Geld muss das Liebespärchen letztendlich wieder arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Anstatt sich gegenseitig zu beschenken, haben wir uns grundsätzlich alle, die in Wirtschaft mit Geld arbeiten, zu Mittätern an Leben minimierenden Prozessen gemacht. Das bedeutet letztendlich sind Täter und Opfer in einem, indem wir kaufen und verkaufen bzw. verkaufen und kaufen. Das macht Täter und Opfer in einem. Und erst wenn die Opfer anfangen bewusst zu werden, was wir eigentlich tun mit kaufen und verkaufen und energetisch sich bewusst werden, dass das, was sie begehren oder in Kontakt sind oder energetisch auch angebunden sind, was wir auch brauchen zum Leben, dass uns das alles sich selbst gehört oder uns zusammen gehört, dass wir eigentlich dafür gar nicht bezahlen müssen, sondern uns eigentlich nur organisieren müssen, wer bekommt was und darüber müssen wir uns einig werden. Das sagt eigentlich auch die Geldmünze aus, dass zwei Bedingungen, die im Leben, im lebendigen Jetzt, dass wir das schlichten, diese Bedingungen, indem wir uns einig werden, einfach nur teilen, das, was wir gerne begehren oder weiter verschenken. Damit gebe ich gerne weiter. Wir hören. Ja, danke schön, danke den Vorrednern. Ich mache weiter mit dem Aufzählen von hammerhart starken Argumenten, die wir in die Entwicklung für eine gute Zukunftswelt einbringen wollen und wo ich nicht will, dass das andere machen und wo wir deshalb nicht frustriert sein brauchen, auch wenn das im Moment nicht richtig zum Zuge kommt oder die Menschen noch lieber woanders hinschauen, wenn es wirklich notwendige Dinge sind, dann werden wir alle da gemeinsam irgendwann drauf schauen müssen. Damit beziehe ich mich als sechstes auf ein Argument bezüglich der Corona-Entwicklung. Einig waren eigentlich alle Seiten von ihren Worten her, dass bei solchen Eingriffen in Freiheitsrechte oder auch wirtschaftliche Existenzrechte der Menschen schlimmer als alles andere seit dem Zweiten Weltkrieg, dass man wie der Bundespräsident sagte, da auch ganz besonders offen darüber diskutieren müsste, sehr Argumente offen sein müsste. Aber er hat die stärksten Gegenargumente und die stärksten Maßnahmenkritiker nicht in Diskussionen reingeholt oder das wurde nie wirklich geöffnet. schon Leute, die einfach Expertenmeinungen dagegen gestellt haben, wie Prof. Dr. Wodak und so weiter, wurden ja eher hinter die Ecke geschoben, statt dass sie richtig mit auf die Bühne geholt wurden. Und ein aus meiner Sicht noch stärkeres Argument, wie ich es gleich erklären werde, das wurde schon gar nicht zugelassen. Das haben sogar die Leute wie Bhakti und Wodak eher auch wieder von ihrem Blickfeld weggeschoben. Also ich stelle in den Raum, ob nicht das stärkste Argument sein könnte in der Corona-Diskussion, ein Sicherheitsverhalten anzubieten, das ganz selbstständig in der Hand der einzelnen Menschen liegt und eindeutig ausreichende Ungefährlichkeit bezüglich Ansteckung anderer oder Kliniken Überforderung gewährleistet, völlig unabhängig davon, wie gefährlich Corona sein kann oder wie der Stand irgendwelche Experten Diskussionen dazu ist. Ich meine die Bereitschaft zur Absonderung in Reservate für natürliche Menschen bzw. Freiheitslager. Bevor da irgendwelche Leute schreien, oh nee, das wollen wir gar nicht, das schrecklichste Menschen in Lager stecken. Ich meine nicht so was, ich meine gemeinsam für alle Seiten akzeptable und erstrebenswerte vielleicht Entwicklungen, was ja von Alternativaktivisten seit Ewigkeiten unter der Bezeichnung Kommune als angestrebt oder anstrebenswert dargestellt wurde. Aus vielen Gründen übrigens auch völlig unabhängig von Corona, besonders nämlich für die Entwicklung verantwortlicher Entscheidungsstrukturen, wo man nicht mal unter der Knute irgendwelcher Herrscher ist, sondern in der Gruppe sich frei die eigenen Entscheidungsstrukturen erschaffen kann. Okay, das war Argument sechs. Wer bringt das ein? Überlegt mal, liebe Zuschauer, wie stark ist das Argument? Sittens, der Umgang mit dem Ukraine-Krieg und ich weite es aus, allgemein mit Kriegen und Gewalt. Ich finde, das, was da um uns herum im Moment geschieht, ist herrsträubend, auch in der Offensichtlichkeit, wie es sich entlarvt. Denn das, was da geschieht, erweist sich aus meiner Sicht als himmelschreiend, unstimmig, selbstwidersprüchlich, heuchlerisch und verlogen, wenn man sich deutlich macht, dass man der Ukraine, wo manches bezüglich Demokratie und Friedenskultur zum Teil doch richtig wachsen gelaufen ist und läuft, kann man ja genauer hinschauen, dass man der Ukraine massiv militärisch hilft, auch durch Lieferung schwerer Waffen, extrem effektiver Geheimdienstinformationen und so weiter, während man an anderer Stelle der Welt wichtigste Demokratiemodellentwicklungen wegschauend abschlachten lässt. Wobei ich ganz besonders an das Rojava-Experiment der Kurden denke. Und jetzt wieder, liebe Zuschauer, wo beziehungsweise von wem wird das überhaupt diskutierbar gemacht oder in angemessenem Ausmaß. Habt ihr was mitgekriegt? Kennt ihr was? Achtens, die Wohlfühlstimme und der Rahmen, den auch Dillen ja gerne als GWO, Gemeinwohl, orientierte Wirtschaftsordnung darstellt, dieses wirtschaftliche Reformkonzept, halte ich für ein hammerhart, starkes Argument. Wo nämlich alle Menschen sozusagen als ökonomische Basisdemokratie ständig durch so eine Wohlfühlstimme ihr Wohlgefühl messbar machen können und wo die Belohnung für Ärzte, Lebensmittelhändler und so weiter an diesem Wohlgefühl orientiert wird. Statt das weiterhin Profit auf menschenschädigende und leiden lassende Weise geschieht. Zum Beispiel durch vermeidbare Dauerbehandlung, wo der Arzt dann gut dran verdient. Ich habe das Piepen gehört, Dankeschön. mache eben rund, also durch vermeidbare Dauerbehandlung oder durch Verkauf überzückerter Nahrung und was weiß nicht alles. Dillen hat ja schon betont, es soll keinem genommen werden, aber durch die Wohlfühlstimme würde das Geschehen für alle erkennbarer und man könnte sich danach richten. Auch die Menschen ihrer Freiheit könnten es wahrnehmen und könnten sich danach richten. Dillen hatte ja als ein anderes Beispiel hier im Gespräch auch die Waffenhändler genannt und hatte gemeint, ja man kann doch mal schauen, ob sie die Toten in der Welt durch Kriege und Gewalt verringern und könnte danach sich richten mit den Belohnungen für die Waffenhändler, statt dass sie eben Profit machen können durch verstärktes Morden und Töten und Leid. Haltet ihr das für einen schwer nachvollziehbaren Gedanken, liebe Zuschauer, wo wird dieser Gedanke zugelassen? Also Dillen und ich werden da überall abblitzen gelassen, sogar wo Leute sagen, ja eigentlich habt ihr recht, man müsste wenigstens mal unbedingt so ein lokales Modellexperiment zulassen oder auch mit aufbauen, damit man schauen kann, ob das jetzt wirklich bahnbrechend anders funktionieren kann. Wir werden abblitzen gelassen und liebe Zuschauer, wisst ihr, wo diese Gedanken sonst eben auf den Tisch kommen oder wer sich da angemessen für einsetzt? Wenn ja, sagt uns auch mal Bescheid. Also bei jedem der Argumente, die ich jetzt nenne, sagt uns bitte mal Bescheid, ob ihr da wisst, so etwas wird irgendwo vertreten oder es wird sich dafür eingesetzt. Alles klar, ich gebe erstmal wieder weiter an den Dillen. Ja, so, dann gehe ich da auch gleich drauf ein. Also ich habe jetzt mal hier aufgerufen, die Homepage von der Partei des Gemeinwohls PDG und weil ich bin ja Ihnen, liebe Zuschauer, noch schuldig, also nachdem jetzt der Öffi und ich ja gemeinsam auch nochmal erklärt hat, wie das gehen soll mit der Kriegsabschaffung, dass also die kriegstreiberischen Gedanken aussterben, weil die Waffenhändler sozusagen den Leuten sagen werden, ja, da haben wir euch früher zu viel kriegstreiberische Gedanken beigebracht und die werden dann über Pazifismus sprechen und über die Möglichkeit friedlich miteinander zu leben und so weiter und so steigen wir aus dem Krieg und wenn wir das 1980 schon gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich den Ukraine Krieg gar nicht mehr bekommen, ja, so und jetzt gehe ich aber noch drauf hinaus, ich habe Ihnen noch versprochen, wie wir stärkere Immunsysteme bekommen, sodass unsere Immunsysteme über so Themen wie Grippe oder Corona oder ähnliche Dinge einfach nur noch schmunzeln können, sozusagen, also ich lese mal vor, die weltweite Menschheitspest Marktwirtschaft hat hat aus naturwissenschaftlicher biologischer Sicht die Menschen nicht bewusst aber aktiv zu profitbringenden Opfern gemacht für Viren, Krankenhauskillerkeime und so weiter, indem sie a atens alle Immunsysteme weltweit geschwächt hat, erstens mit all ihren Giften, Luft, Wasser, Chemie, Nahrungs, Warengifte und so weiter, zweitens mit nicht bewussten aber aktiven Züchtungsprozessen in Richtung Vermehrung von allgemeinen auch gehirnbezogenen Gendefekten ist gleich eine Dauerkundschaftsproduktion. Drittens mit erfolgreicher Züchtung speziell in Richtung Gendefekter Immunsysteme ist gleich Dauerkundschaftsproduktion. Ja und dann B hochgefährliche Killerviren beziehungsweise Antibiotika resistente beziehungsweise multiresistente Killerkeime nicht bewusst aber aktiv selber Höruch gezüchtet hat. Also ich muss den Satz nochmal ganz machen. Also die weltweite Menschheitspest Marktwirtschaft hat also uns alle zu profitbringenden Opfern gemacht für Viren, Krankenhaus, Killerkeime und so weiter, indem sie hochgefährliche Killerviren, zum Beispiel Antibiotika resistente beziehungsweise multiresistente Killerkeime nicht bewusst aber aktiv selber hochgezüchtet hat. Gemeinwohlwirtschaft GW beziehungsweise die GWÖ GWO Kombi, wenn wir sie sofort eingeführt hätten, würde zu so gewaltiger Immunstärkung und zum sofortigen Ende Öffi hat es ja auch eben schon angedeutet, dass also eben nicht mehr der Supermarktleiter der wird ja dann nicht mehr belohnt dafür möglichst viel Krebs begünstigende und Diabetes und Übergewicht begünstigende billigst Giftnahrung zu verkaufen, sondern eben möglichst giftstofffreie Nahrung zu verkaufen, auch sogar in den Suchtmitteln, dass er da auch wenigstens die unnötigen Giftstoffe rauswirft sozusagen, denn wir hatten ja gesagt, aus Freiheitsgründen kriegt jeder immer seine Suchtmittel überall erhältlich, aber dann müssen diese Suchtmittel wenigstens nicht noch zusätzlich Pestizide, Fungizide, Glyphosat und andere Chemikalien, die gar nichts zu dem Suchtkick beitragen, sondern nur einfach giftig sind und einfach Kosten sparen bisher. Ja, also die Gemeinwohlwirtschaft GW oder die GWÖ-GWO-Kombi würde zu so gewaltiger Immunstärkung und zum sofortigen Ende der Heranzüchtung von kranker Kundschaft und hoch aggressiven Erregern führen, sodass Viren, aber auch Krankenhaus-Killer-Kreimer und so weiter sehr viel weniger Chancen hätten und die hochgezüchteten Supererreger schnellstmöglich wieder verschwinden. Ja, also das, was die, was wir über Antibiotika-Missbrauch so alles an Killerkeimen gezüchtet haben, das können wir ja auch wieder rückgängig machen. Also Marktwirtschaft züchtet also aktiv in Richtung möglichst vieler kranker oder krankheitsgefährdeter profitbringender Kunden. Deshalb sofort Gemeinwohlwirtschaft. Ja, und dann, Sie sind anderer Meinung, ja, dann klicken Sie wieder hier drauf, denn dann müssen Sie sich mal damit beschäftigen, welche Gehirnwäsche abläuft. Also sowieso geht es ja darum, dass wir sozusagen Sie müssen ja letztendlich entscheiden und was Sie nicht verstehen können, vielleicht, weil Sie auch Opfer einer Gehirnwäsche sind. Das kann halt dann nicht kommen. Das ist der Schwachpunkt der Demokratie, aber Diktatur ist eben keine Alternative. Ja, es piepst und ich mache nur noch kurz rund. Also letztendlich habe ich hiermit alles erklärt. Ich habe erklärt, wie ausgehend von dem Menschenbild Weltbild der GWÖ-GWO-Kombi wir mit vorsichtigen Maßnahmen es schaffen können, die Kriegstreiberei zu beenden mit der Wohlfühlstimme, mit Wohlfühlen, Gesundheit, also mit der Erfassung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner und so weiter. und dass wir sozusagen dadurch die Kriegsursache, nämlich kriegstreiberische vorteilbringende Irrtümer abbauen können und dass wir die vorteilbringenden Irrtümer, die bis jetzt im Gesundheitswesen zur Züchtung von immunschwachen Menschen geführt haben und so weiter und zur Gesamtvergiftung mit beigetragen haben, dass wir das alles abbauen und dann habe ich jetzt nachher in der letzten Runde nur noch ein kurzes Thema, wir haben ja dann sowieso nur noch die Kurzrunde gleich und ich gebe weiter und der Henning kann sich schon mal bereit machen. So, da ist er. In drei Sekunden bitte loslegen. Ja, danke für das Wort, danke für die Vorredner. Ich würde ganz gerne noch mal etwas ergänzen und zwar die Gesundheitsprozesse sind natürliche Prozesse, das heißt also Gesundheit findet ständig statt, dadurch, dass Energie zugeführt wird dem menschlichen Körper durch so nahe Kräfte und das Einzige, was passiert ist, dass der Mensch selber, der krank geworden ist, auch sich gesund denken muss oder darf, weil wenn er nicht gesund werden will, dann wird er auch nicht gesund und die Kraft der Gedanken gesund zu werden oder etwas Gutes zu tun zum Wohle aller ist ein wichtiger Prozess, der auch mit dazu beiträgt, dass wir auch wieder in unserer Gesellschaft gesunden, weil solange wir durch kaufen und verkaufen oder durch Geschäftemacherei letztendlich den Lebenswert für minderen Geldwert verkaufen oder korrumpieren, dann bewirken wir letztendlich eine Kraft, die uns krank macht und auch zerstört bis zum Tod und das ist ein ganz einfaches natürliches Kräftefennomen, entweder es gibt eine Einigung, eine Kompression, die Licht in Lebensformen zusammenbringt oder es gibt Kräfte, die Dissonanzkräfte sind, die Lebensformen oder Organismen wieder zersetzen und diese Prozesse finden immer gleichzeitig statt oder beziehungsweise können durch die gedankliche Kraft zum Wohlsein aller bestärkt werden oder eben in der anderen Richtung passiven und aktiven Krieg bewirken und passiver Krieg ist letztendlich der Friedenszustand, den wir haben. Wenn wir wirklich in ein Paradies wollen, dann dürfen wir gedanklich zum Wohlsein aller denken, im Wirsein denken, dass wir eine Menschheitsfamilie sind und auch in dem Moment des Jetzt, der ständig herrscht, im ewigen Jetzt, 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 dass wir auch in diesem Moment des Erlebens, wo wir über unsere zwölf Sinnesorgane im Grunde genommen die Impulse des Lebens auch wahrnehmen oder auch empfangen und wahrnehmen. Dazu müssen wir aber umschalten von einer Sprachkommunikation der Schriftform in eine Sprachkommunikation der Klangform. Das heißt also in der Autarkie, in dem Bewusstwerden, dass wir wieder das Leben selber sind. Jeder Mensch für sich und wenn jeder Mensch für sich selber in der Harmonie und in der Souveränität oder in der Autarkie für sich selber leben kann, sich selber organisieren kann, mit dem Mitmenschen, mit denen er zusammen ist, im Wohlsein, im Glücklichsein, im Gut Zueinander sein, ohne irgendjemanden etwas wegzunehmen, dann kommen wir oder sind wir eigentlich automatisch in einem Zustand des Paradiesischen und dieser paradiesische Zustand ist auch ein energetischer Zustand, der dann durch abwesende Energie, durch Gewaltsysteme aufgehoben wird. Und das ist eigentlich etwas, was schwer zu erklären ist, was wenige begreifen können, aber letztendlich hoffe ich, dass mich einige wenige verstehen, die mich jetzt hier zuhören, das auch umzusetzen oder auch zu begreifen, dass das Leben etwas energetisches in dem Moment des Jetzt ist. Und der lebendige Moment des Jetzt ist eigentlich das wirkliche Leben. Alles andere sind tote Gedankenkonstrukte der Vergangenheit, einer Wahrheit, einer vergangenen Wahrheit, die wir wirklich erlebt haben. Und die wird zusammenbrechen, die wird weniger, die wird immer weniger. Und das hat auch der Papst in Freiburg erzählt, 2011 schon, dass also eine Entweltlichung und eine Enteignung stattfinden wird. Weil die Enteignung ist nichts anderes als die Bewusstwerdung dessen, dass wir das, was wir besitzen oder mit dem, was wir besitzen, energetisch angebunden sind. Und mit dem, wenn wir uns bewusst sind, mit was wir energetisch ange... Ich habe gehört, mit was wir energetisch angebunden sind, dann können wir dieses weder verkaufen noch kaufen. Und da fällt jedes Geld im Grunde genommen weg, weil die energetische Angebundenheit oder die Beweglichkeit mit der sich ständig bewegenden Energie in Einklang und in Harmonie zu sein, ist letztendlich das Paradies auf Erden. Und damit gebe ich weiter. Ja, danke, bin ich hörbar? Wir hören! Super, dankeschön. Danke den Vorrednern. Ja, also da hat der gute Henning jetzt einige Dinge gesagt, die passen auch sehr gut zu dem, was ich da versucht habe zu erklären. Also die Vorstellung auch der Menschheitsfamilie oder Artikel 1 der Menschenrechte, wo diese Menschengeschwisterlichkeit auch zum Ausdruck kommt, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geist der Brüderlichkeit, kann man auch sicherlich sagen, in Geschwisterlichkeit begegnen. Wer denkt darüber nach, was geschwisterliches, liebevolles Umgehen miteinander, Teilen der Entscheidungen, Teilen der anderen Dinge des Lebens, was das eigentlich bedeuten würde. Also das ist in den Punkten, die ich aufgezählt habe, an mehreren Stellen ebenso auch als Mit-Argument drin enthalten. Da würde man ganz schnell zu kommen und müsste sich dann überlegen, wie das wirklich in Form gebracht werden kann. Und auch da, liebe Zuschauer wieder, wer vertritt dieses Argument? In welchem Ausmaß, mit welcher Ernsthaftigkeit und wie schwerwiegend ist dieses Argument? Natürlich könnte jetzt vielleicht ein Zuschauer sagen, wenn du da so sagst, die Argumente werden von euch so vertreten und von anderen nicht. Es wird auch von kaum jemandem das Argument vertreten, das Außerirdische die Welt umkreisen, um uns zu retten. Dass andere das nicht vertreten, heißt nicht, dass das die tollen Argumente sind. Ja, deshalb sage ich ja, guckt mal erst, welche logische Stimmigkeit und Notwendigkeit, welche Wichtigkeit diese Argumente haben. Und dann gucken wir, von wem sie ernsthaft vertreten werden. Und das ist doch total erschreckend oder faszinierend, wenn außer uns diese Dinge, die ich da auch aufgezählt habe, nicht vertreten werden, nicht diskutierbar gemacht, eher weggedrängt werden. Ich habe nur noch einen Punkt, den neunten, der bezieht sich auf die 5%-Klausel bei Wahlen in Deutschland. Ist jetzt etwas, was nicht mehr so wichtig ist, wie das andere, was ich genannt habe. Also Punkt eins und zwei ist ja die Frage eben auch, was ist die wirkliche Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen, dass er alles sehen können müsste und auch die Grundweichen mitbestimmen können müsste. Das sind natürlich elementarste, wichtigste Sachen. Denn ansonsten ist man wie die Marionette von irgendwelchen Marionettenspielern aus dem Hintergrund gesteuert und kriegt es noch nicht mal richtig mit. Da gibt es ja auch schöne Sprüche zu. Der wirklich freie Mensch, der will nicht vorgegebene Fragen nur beantworten. Er will die Fragen mitstellen. Oder der wirklich freie Mensch will nicht in einem fahrenden Zug oder Schiff entscheiden, ob er nach vorne oder hinten in eine Kabine oder ein Abteil geht. Er will entscheiden, ob er in einen Schiff oder Zug mit einsteigt, in welche Richtung und sowas. Also er will die Grundweichen mit beurteilen und mitentscheiden können. Wo wird das, liebe Leute, euch klar gemacht? Also die Herrschaftsformen sind oft das Ergebnis von Kriegen und auch nicht in Übereinstimmung mit einem Willen des Volkes. Also auch hier in Deutschland eben nochmals da 52 eine Umfrage, dass nur 2% die Nachkriegsordnung jetzt so toll für sich fanden. Oder das Wirtschaftssystem. auch Länder wie die Schweiz, die als selbstbestimmt gelten. Es gab irgendeinen amerikanischen Präsidenten, der hat gesagt, wenn allein die Wirksamkeit des Geldsystems den Menschen mal klar würde, hätten wir morgen eine Revolution oder vor Anbruch des Tages. Das heißt also diese Freiheit, dass der Mensch die Dinge alle durchschauen kann und auch die Grundweichen mitentscheiden kann, das wird euch von allen Seiten vorenthalten. Da ist der große Nebelwurf in der Welt. Wir wollen das allichten. Wir wollen diese Bühne der Klarheit und der Entscheidbarkeit schaffen. Wie wichtig ist euch das und wer setzt sich dafür ein? Stellt euch wirklich die Fragen, liebe Zuschauer. Ich komme zu Punkt 9 bezüglich der 5% Klausel bei Wahlen in Deutschland. Ein Gedanke, den auch der Dillen oft vertritt. Könnte man es nicht so machen, dass die Übertragbarkeit von Wahlstimmen, die für Parteien gegeben wurden, die dann unter 5% bleiben, dass diese Übertragbarkeit ermöglicht wird an bei der Stimmabgabe angebbare Ersatzparteien, sodass solche demokratische Stimmen nicht unter den Tisch fallen gelassen würden und sodass man die Anfangsentwicklung neuer Parteien auch erleichtert. Also auch an diesen Punkten finde ich, ist es faszinierend, was das für eine Kraft hat als Argument. Und faszinierend ist auch, dass es trotzdem nicht gesehen, nicht angewendet wird. Es wird weggenebelt. Und ihr lasst es alle mit euch machen. Und ja, ich mache rund, ich habe das Piepen gehört, Dankeschön, ich mache rund. Das ist gleichzeitig mein letzter Beitrag. Also danach fühlt euch alle umarmt und in den Abend entlassen oder bis zum nächsten Talk. Ja, also liebe Zuschauer, was sind das, was ich da auch aufgeklärt habe für Argumente? Welche Bedeutung und Kraft steckt darin? Kann man sich vorstellen, dass eine gute Zukunftsentwicklung, wenn es so eine Entwicklung geben sollte, an diesen Vorschlägen vorbeikommen kann? Ich glaube das nicht. Und deshalb denke ich, müssen wir den Mut behalten, also auch hier unser kleiner Kreis, auch der Dillen, wenn er manchmal da pompos, gebeutelt wird. Und wir dürfen uns weder von Gegenwind noch von Vernebelungsversuchen, aus welchen Richtungen auch immer, Wir müssen bloß immer weiter überlegen, wie wir die tollen, nötigen Schienen immer anziehender werden lassen können, ob jetzt durch Betonung von Einzelhebeln oder durch das Zusammenspiel der Hebel. Es hat gewaltige argumentative Kraft und die Kraft der Argumente muss stärker werden als die Kraft der Gewalt und äußeren Macht. Damit wünsche ich einen schönen Abend. Seid alle umarmt. Ja und ich hoffe, Öffi, du hörst mich noch? Du hörst mich? Hallo? Ich höre dich still, aber sehr leise. Sehr leise, ja, es ist jetzt auch, wir sind jetzt im Verabschiedungsmodus, also jetzt geht es nur noch darum, Henning, nur noch, wer ganz wichtige Sachen zu sagen hat, ich habe also noch was ganz Wichtiges zu sagen. In der letzten Zeit war es auch nochmal Thema gewesen, dass manche den Wunsch hatten, Leid absolut zu vermeiden. Mein Ziel ist es, Leiden so wenig wie möglich zu machen. Ich mache aber nur ein Beispiel, dass Leid absolut zu vermeiden leider nicht möglich ist. Denkt mir dran, eine Schildkröte legt hunderte von Eiern und jetzt würde jemand Verrücktes jedes Baby, das aus diesen Eiern schlüpft, verfolgen und schützen vor all den Fressfeinden, die normalerweise 99% all dieser Schildkrötenbabys fressen und töten. Und jetzt würde man denen hinterher schwimmen und würde sie jedes Mal retten vor den Fressfeinden. Dann würde daraus nur riesiges anderes Leid entstehen, weil die Schildkröten würden alles die wären dann so viele Schildkröten, dass sie alles im Meer kaputt fressen würden und alles überall würde Leiden entstehen, weil diese Schildkröten jetzt nicht zugelassen wurde, dass diese als Kinder sterben. Und bei uns Menschen ist es leider nicht anders. Also wir auch bei uns ist es so, wenn ich alle Kinder, wenn ich die Abtreibung die Frauen Emanzipationsbewegung und die Abtreibung und so weiter alles verbiete und das Naturrecht verbiete, dass Frauen alleine über das Leben oder Sterben ihrer Kinder entscheiden und so weiter, wenn ich das nicht zulasse, dann habe ich dieselbe Situation wie mit der Schildkröte. Ich rette quasi dann alles und erzeuge damit riesiges Leiden am anderen Ende und erzeuge zum Beispiel am Ende zum Beispiel militärisch geschwächte Staaten, die dann wie die Ukraine abgeschlachtet werden auf das Grausamste, weil sie eben keinen Hightech-Raketenabwehrriegel haben und aufbauen konnten und weil sie eben sozusagen mit falscher Bevölkerungspolitik auch sich geschwächt haben und 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 so weiter. Also was ich damit abschließend für heute für mich sagen wollte ist leider denen gesagt, die also das unbedingt alles Leiden vermeiden wurden. Ich will Leiden so selten und so klein wie möglich machen, aber ganz vermeiden geht nicht, weil wie gesagt sozusagen ich muss immer gucken, wenn ich ein Leid vermeide, wie viel neues Leid produziere ich als Folgeerscheinung damit. Und wenn ich das nicht tue, dann geht das immer schief. Ja, hat noch jemand irgendeine ganz, ganz wichtige Bemerkung irgendwie? Oder können wir Tschüss sagen für heute? Ja, ich würde dem ganz kurz nur anschließen, dass wir so feststellen, dass wir eigentlich alle in der Mittäterschaft am Leben minimierenden Prozessen sind, dass wir eigentlich Täter und Opfer zugleich sind, und dass nur das Opfer in der Lage ist, diese Täterschaft oder Täter-Opferschaft zu beenden durch Erkenntnis, durch Selbsterkenntnis, dass wir Forderungen oder Gewalt, egal in welcher Form, einfach ablehnen und uns wieder auf die wirksamen Schöpfergesetze konzentrieren und achten, dass wir in die Harmonie, in die Debedingungslosigkeit und auch in die Achtsamkeit gehen, eben das Leben so genießen, wie es kommt und wie es ist, weil dann findet automatisch Heilung statt und auch Heilung in dem Sinne, dass wir gesund werden, in dem Sinne, dass wir mehr bewusst werden und in dem Sinne, dass wir zum Wohl aller denken. Wenn wir zum Wohle aller denken und nicht mehr nur noch an irgendwelche Bedingungen uns festhalten, dann gehen wir auf den richtigen Weg und die Natur, also die sonare Kraft, die größte Kraft auf dieser Erde, die überhaupt wirkt, ist mit uns. Und daran dürfen wir denken und dafür möchte ich dem Öffi auch sagen, er kann an das Gute glauben und hoffen, weil der Gedanke und der gute Glaube ist letztendlich das, was wird und was wir in die Zukunft bringen. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Hat noch jemand irgendwas ganz Wichtiges oder können wir alle Tschüssi rufen? Ich sage dann Tschüss. Tschüss an alle. Tschüssi, Tschüssi, Tschüssi.